Die Volleyball-Bundesliga hat zu Dein gewechselt und deswegen gibt es keinen Nasenbluten-Moment der Woche mehr. Fails gibt's trotzdem noch und deswegen haben wir das Formal einfach übernommen. Ich weiß nicht, ob er was persönlich gegen unsere Bank hatte, aber den Anfang macht Yannick Naumann vom VSV Jena. Finn Jansen vom TSV Eibelstadt dachte sich nur Wallah, Wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Und machte den diagonalsten Aufschlag, den die Bodyball-Vert je gesehen hat. Und ja, auch wir machen Fehler. Nach der krassesten Abwehr von Chrysler waren die 81 Quadratmeter für den Timmels doch ein bisschen zu klein. Normal sagt man immer nur Mittelblocker sollten nicht britschen, aber auch Felix Roller vom VSV Jena hätte das in dieser Szene lieber sein lassen sollen. Auch wenn er den schnellsten Arm Lichtensteins hat, 2,43 Meter ist doch ganz schön hoch. Das musst du unser Licht hier auch feststellen. Ich weiß nicht, ob die nächste Szene schlimmer oder besser ist. Kann sein, dass du es öfter hörst, aber in dem Fall war es nicht so gut. Danilo, der war einfach zu lang. Wer kennt's nicht? Schlechter Empfang in Schulturnhallen. Zweiter Auftritt von Felix Roller in diesem Video. Auch seine Connection war kurz lost. Auch Danilo hat sich seinen zweiten Auftritt in diesem Video redlich verdient. Trotz Challenge, der Ball war immer aus. Gegen Jena war Chrysler noch unser MVP. Normalerweise slidet er nur in deinen DMs, aber hier auch zum Gegner. Zwar gibt's kein Ranking, aber Max hat mit seinem Ausstellungsfehler schon den Vogel abgeschossen. Na, wer hat's erkannt? Ich will jetzt keine Vermutung ausstellen, aber ich glaube einfach, Tim war die Ready zu lang und er jietet den Ball einfach mit der Faust ins Aus. Ja, ja, kein Ranking und so, aber wirklich Platz 1. Jena und DRK München-Ost. Vier Punkte, viermal Date. Und das kurz vorm Matchende. Wir hatten es schon. Schulturnhalle, schlechte Verbindung. Auch Nikolai hat hier kurz die Connection verloren. Weiter in der Serie macht Bruno Bogatzky Aufschlag an den Dates des eigenen Mitspielers straight zum Ausgewechseltwerden. Und nach diesen zwei bodenlosen Aktionen dachte sich Danilo, ich will auch noch in das Video rein. Und zum Abschluss einfach Max Hofmann, Julian Müller und der Schiri. Doppelding-Dates vom Allerfeinsten. Und weil's noch nicht genug war, einmal schnell drei Punkte fast forward zum Matchball. Genießt den auch noch. WIE! 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 Untertitelung des ZDF, 2020